Gehen wir rein, hectic road bike crashes and motorcycle mishaps, mis, mishaps, 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 genau, ich kenne mich sofort. Die nehmen wenigstens immer noch den selben Sound, nicht so wie bei, boah, wie hießen die Deutschen, keine Ahnung, komm nicht mehr drauf. Ist so laut oder geht's? Boah, das war so viel Fail, alter. Eieieieiei. Eieieieieiei. Krass, alter, gleich wieder aufgestanden. Richtige Stehaufmännchen. Das erinnert mich ein bisschen an den Wheelie Fail, den ich damals gefilmt hatte. So sah das ungefähr auch aus. Einfach ein bisschen zu hoch gekommen. Endlich, jetzt geht's rund. Ah, Pudder Riders, genau, es war Pudder Riders. Boah, ich glaub, das ist irgendwo abgeflogen. Er fährt mit Fernlicht. Ich glaub, ihn haben wir schon gesehen. Ihn haben wir schon gesehen. Er rutscht jetzt hier weg. So schnell da auch, ey. Alter. Also bei dem Schnee und das alles, bei den Wetterverhältnissen da Sportler zu fahren, ist schon sehr, sehr riskant. So ist Eis. Das mit seinem Bike los klingt nicht sehr gesund. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, wa? Boah. Ey, er ist in die Fahrrille hier reingekommen, wa? Hier. In die Fahrrille. Aber dass ihm das vom Bike kickt, hätte ich auch nicht gedacht. Trotzdem sollte man nicht in so einen Fahrrille drin fahren. Oder wenn man rüberfährt, wie bei Straßenbahnschienen, in sehr spitzen Winkel rüberfahren. Ne, ich hab mich zum Glück noch nicht krass gelegt. Also nur mit dem Pit-Bike da ein bisschen, aber das ist ja Pille-Palle. Aber so mit meiner Sportler oder so, hab ich mich zum Glück noch nicht gelegt. Ei. Wie wir grad immer die ganze Zeit abwechselnd A gesagt haben. Oh, ohne Helm, Digi. Ohne Helm. Ohne Helm übst du Stoppys, Alter. Was hat er versucht? Hat er nen Wheelie versucht oder hat er nen Stoppy versucht? Ich glaub er hat eigentlich nen Wheelie versucht. Ja, das ist das. Ich hab ein Video. Ja, du bist gut. Boah, sind die schnell. Ich sag, was sagt er, wer packt sich? Eins, zwei, drei. Ich sag. Ich sag Nummer eins packt sich. Alle. Ah, ist Nummer zwei geworden. Ah, ne Gixxer. Ah, ne Gixxer. Ah, ne Gixxer. Oh, so sieht meine auch aus. Das ist das, was ich gesehen habe, viele Leute machen und es fühlen sich nicht schlecht. Wir fahren ganz schön dicht nebeneinander, Alter. Oh, der Sound, Alter. Oh, ein bisschen leiser. Na, Wheelie fail. Ne, hä? Link. Oh Gott. Digi. Da hat er einen Moment nicht aufgepasst, ey. Hier fangen sie an zu bremsen und er nimmt seine Hand vom Lenker und, weiß ich nicht, will irgendwas machen. Er hat grad sein Visier zugemacht. Genau im falschen Moment, Alter. Das war genau diese eine Sekunde, die er gebraucht hätte. Und dann kein ABS. Dann passiert sowas. Hätte er ABS gehabt, hätte er sich wahrscheinlich nicht hingepackt. Wann kommen die neuen Teile? Die wurden ja wieder zurückgeschickt nach China. Weil der Zoll nicht abgefangen hat. Das wär nicht schon da. Und ich hatte irgendwie eine Woche Zeit, die vom Zoll abzuholen. Ich war aber in Kolumbien. Na, meine Gixxer hat auch kein ABS. Ja, diese weißen Linien sind halt auch richtig gefährlich, wenn's nass ist. Es sind so Kleinigkeiten, auf die man einfach achten muss, bei manchen Wetterverhältnissen. So Spurrillen, so Fahrbahnstreifen. Die werden halt einfach extrem rutschig. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Uiuiuiuiui, jetzt wird er aber ganz schön schnell, Alter. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vorderrad wieder anfängt zu drehen, bis es auf 100 kmh ist. Und dadurch fängt es dann an zu schlackern und ja. Dann packst du dich. Aber es geht ihm gut, Alter. Er hat sich echt mit gut viel Speedling gepackt. Tiki, was machst du denn? Da wollte er einfach genauso schnell sein wie sein Kumpel, aber da war er einfach technisch nicht so gut wie sein Kumpel und hat auf einmal Schiss bekommen in der Kurve. Ich glaube eine ZX-10R steht da. Zu schnell. Viel zu schnell. Boah, Digga, was hier für dicke Klopper liegen. Für dicke Steine, Alter. Hä? Hat der sich danach auch hingepackt? Ah, der Arm sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, Alter. Oh, shit, Digga. Oh, der Arm, Alter. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Ich kann doch ja nicht hingucken. Oh, ist das eklig. Oh, der hat sich aber so was von den Arm ausgekugelt. Der war auch nicht mehr da gewesen. Also, den hat es ja noch schlimmer erwischt gehabt als ihn. Und vielleicht hätte er sich auch gar nicht hingepackt. Hätte er sich nicht hingepackt. Boah, Digga, das, äh... Oh, das war echt ein ekliger Clip gerade. Äh, there was Ravel on the road. Also, da war irgendwie so, war Rollsplitt auf der Straße und deshalb ist er weggerutscht. Ach, Digga, der, du... Das hatte mit dem Rollsplitt nichts zu tun. Der ist viel zu schnell in die Kurve. Ey, guck mal. Hier hätte er eigentlich schon so ein bisschen nach außen fahren müssen und dann hier rechts rein. Guck mal, Digga, du... Ey, keine Ahnung. Der lenkt doch gar nicht nach rechts. Also, äh... Ja. Rollsplitt ist da auf jeden Fall eine gute Ausrede gewesen. War bestimmt irgendwie außen ein bisschen Rollsplitt, aber er hätte gar nicht so weit nach außen fahren müssen. Ah, das ist halt manchmal so. Manchmal kommst du in eine Kurve rein, dein Gehirn blockiert, du kriegst Schiss, weißt nicht mehr, was du machen sollst und fährst halt einfach geradeaus so. Digga, der hat ja schon geschrien, bevor der überhaupt getroffen worden ist. Der wusste schon, was den Verschmerzen gleich erwarten. Eieieiei, eieiei, pass auf, pass auf, das Auto steht. Ich finde, so eine Videos sind echt immer gut, damit man selber nicht übertreibt. Man sieht so eine Videos und denkt sich, Alter, Alter, da merkst du erst mal, was alles aus welchen Situationen entstehen kann. Videos holen mich immer zurück auf den Boden. Genau, Alter, wirklich so. Lass die lieber die Fehler machen und, äh, lass uns daraus lernen. Äh? Äh, müssen wir nochmal analysieren. also er wollte den jetzt hier unbedingt überholen. Ja, keine Ahnung, also da glaube ich schon, dass irgendwie sowas wie Rollsplit war oder so. Angestupst? Ach, glaubst du, ach, glaubst du, der wurde von dem Autofahrer mitgenommen hinten? Ach, glaubt er, weil er ihn überholt hat, hat der Autofahrer beschleunigt, weil er nicht überholt werden wollte und hat ihn dann angestupst. Ah, Digga, das ist echt bescheuert, Alter. sind die Egos mit den beiden einfach durchgegangen. Der Motorradfahrer hätte den ja nicht überholen müssen und dann hätte der Autofahrer im Gegenzug ihn einfach überholen lassen können. So bescheuert von den beiden. ein bisschen leiser wieder. Irgendwie sind manche selbst so laut. Da hat er schon Windshield und man hört den Wind immer noch so krass. Oh Gott. Egal, was ist denn da passiert? Aber das muss man doch eigentlich als, also jetzt, wenn du wirklich krass auf den Verkehr achtest als Motorradfahrer, musst du doch sehen, dass er hier irgendwelche Faxen macht, so. Also da musst du doch jetzt hier schon bremsen. Oh, Shit, Digga. Also, natürlich hat der Motorradfahrer keine Schuld, aber ich glaube, wenn du da echt krass aufpasst, dann fängst du schon vorher an zu bremsen. Dann denkst du, was geht denn mit dem Autofahrer gerade rechts, rechts von der Spur? Du bremst aus Sicherheit erstmal ein bisschen ab. Dann ist halt auch wieder eine Sekunde nicht aufgepasst, irgendwie gerade mal kurz nach links geguckt oder nicht auf der rechten Spur. Bam. Das war ja auch gar nicht die Schuld von dem Motorradfahrer, das steht außer Frage, aber ich glaube, er hätte trotzdem früher bremsen können. Hätte er das früher gemerkt. Oh Gott, Digga. Im Tanktop, Alter. Nein, 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 nein. Ey, man sieht einfach jetzt schon, man sieht einfach jetzt schon, dass er die Kurve nicht kriegen wird. Null Schräglage drin und jetzt Schiss bekommen. Jetzt fängt er an zu bremsen, wird einfach nur geradeaus weiterfahren. Ei, ei, ei. Alter. Oh. Oh, Digga, Alter. Also, der linke Arm hat auf jeden Fall keine Haut mehr, Alter. Boah. 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 Ey, der ist bestimmt 150 gefahren oder so. Also, der Fahrrad überlebt. Äh, den Rest verstehe ich nicht. Also, sustained, severe road rash. Ihr sagt alle, der ist 240, 200, 92 gefahren. So, glaubt das so schnell war er? Guck mal, oben ist echt wichtig. Oh, down, 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 down. You're down? No, he went down. R1. Hat der andere aber gut, gut bemerkt. Schnell gebremst, Alter. Ihn nicht überfahren. Du fährst ja auch noch ein T-Shirt, aber fährst in der Stadt. Ist aber auch dumm von mir. Also, keine Frage. Bis jetzt hatte ich viel Glück, dass nichts passiert ist. Ähm, irgendwann wird's mich wahrscheinlich mal erwischen. Und hoffentlich werde ich in dem Moment Vollkombi tragen. You good? Boah, da kann man sich doch gar nichts. Die Straße nass. Nass aus. Yeah, yeah. Wieder irgendwelche Tropfen auf der Cam, glaube ich. Ich habe einfach auf der Cam, glaube ich. Ja, ja, ja. Auf der Cam. Ja, ja, ich bin gut. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass es mich nicht erwischen wird, aber ich glaube, ich fahre einfach ein bisschen zu oft Motorrad dafür. Und, äh, ja. Berlin und so. Aber, ja. Mal gucken. Also, ich hoffe, ich passe einfach gut auf. Und, äh, ja, manchmal bringt ja aufpassen nichts, äh, nicht mal was. So, wenn irgendwer ja absolut die Vorfahrt nimmt und, äh, kannst ja nicht bei jeder Einmündung oder sowas konkret sein. und, äh, Und, äh, wie geht es mir dazu, wenn es 나 was. 씁. So. And, so. So. Vielen Dank.